Max fragt, wird es noch einmal Dosenbier geben? Ich bin Christoph und das ist eine Minute Bier. Dosenbier aus unserer Brauerei? Nach aktuellem Stand ganz klar nein. Schon aus Umweltgesichtspunkten setzen wir ausschließlich Mehrwegflaschen ein. Wenn die richtig gepflegt werden, können die mehr als 40 Mal wieder befüllt werden. Ganz wichtig dabei, wir setzen Flaschen ein, die auch unsere Kollegen verwenden können. Wir verzichten also darauf, unser Logo in das Glas zu brennen. Diese Flaschen können dann in jeder Brauerei wieder befüllt werden. Es ist also egal, ob sie zu uns oder zu einem Kollegen zurückkommen. So tragen wir ganz aktiv zum Umweltschutz bei. Außerdem schmeckt ein Bier aus einer Glasflasche einfach besser. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.